Ich darf euch und Sie herzlich willkommen heißen zu einer außergewöhnlichen Sportler-Ehrung. Außergewöhnlich schon allein deshalb, weil wir heute im Herbst 2014 ja eben die Sportler für das Jahr 2013 ehren. Wir ehren heute wieder 166 Sportlerinnen und Sportler. Und das ist nicht selbstverständlich, wie ihr Erfolg, ihre Leistung und die Arbeit der Ehrenamtlichen und Familien, die hinter ihnen stehen, die sind schon etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches und nicht selbstverständlich. Und ich denke, da dürfen wir in unserer Gemeinde in allen Ernstteilen auch ganz besonders stolz darauf sein, dass wir eben so viele jedes Jahr zu ehren haben. Und das ist ja auch Ausdruck der vielen Aktivitäten, die im Sportbereich bei uns gestartet werden. Als Oberbayerische Meisterschafts- und Blockwettkampf ist der Kreismeisterschaft Karl-Rundenstab für uns zur Tätigkeit. Aufstieg gegen Kreisliga.